Gleich schon wieder! Guck mal, sie. Guck mal, die gibt's auch schon Anweisungen hier, die Olle. So, das war's. Es ist das dritte Mal, jetzt schon mal wieder einfahrt. Die Nachbarin gibt's schon Anweisungen. Die ist aber mindestens einen Meter näher am Bordstein. Oh, ja! Jawoll! Ist das gut, ja! Dann sollst du lieber Nacht die fahren. Die kann das doch so sieht. Oh, oh! Oh, guck mal, wie hat der Unfall passiert. Und Magda macht da auch. Oh mein Gott! Was macht der denn? Irgendwie hat's wirklich geschafft? Hat ein bisschen gedauert mit der Mühle, aber... Mit der Mühle. Jetzt Applaus und Jubel. Licht ist noch an. Oh, jetzt aus. Oh! 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 Scheiße, da hast du erst so spät aufgenommen. Super! Super, mein Klaas, wir haben auch gemacht! Also gut gemacht! Nach dem dritten, vierten Mal! Hä? Erster Autoroll. Ich zeige. Ich zeige. Ich zeige, ich zeige. Vielen Dank.